Musik Viele Kinder und Jugendliche waren zum Hirmer Fischdeich gekommen, um beim großen Fischen dabei zu sein. Zugelassen waren Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren in zwei Altersgruppen, bis 12 und bis 16 Jahre. Egal wie viele Fische gefangen wurden, alle Kinder bekamen einen Preis oder Pokal. Der jüngste Teilnehmer war gerade einmal drei Jahre alt und schon erfolgreich beim Angeln. Der Zweck des Wetterangangs ist, den Kindern und Jugendlichen den Angelsport näher zu bringen. Ein schöner Nachmittag für alle Teilnehmer und ihre Angehörigen. Musik 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 Bitteschön Musik 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 Meine Damen und Herren, im Namen des Fischereifahrenes Hirn darf ich auf das Hersteste begrüßen meinen ganz besonderen Gruß durch die Kinder, weil ihr seid die Stars, wir sind nur die. Es hat heute fast jeder was gefangen, also so gut waren meine Hilfnisse liegen bei 8%, außer leider 5 haben leider nichts gefangen, aber das nächste Mal, die sind auch nicht alle vom Himmel runtergefallen, es gibt auch ein nächstes Mal, da dürfen wir nicht traurig sein. Also wir fangen auch mal mit dem größten Fisch, bei den Kleinen, das ist unter 12 Jahre, hat den größten Fisch, mein Freund, denk Lukas, Luki, wo bist du? Mit Höfkila! Höfkila und Höfkila! Gibt ihr ein Geschenkskopf aussuchen? Aber weißt du, ich krieg auch was, gell? Ist alles gleich, einen nimmst du. Bei den großen, haben wir auch einen, das war der Julian Berthold, mit 10 Kilo 55 Kilo. Gibt's? 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 oder nicht? So? Ja Ja, der nächste, wenn ich gleich einen großen Abwohnung habe, der Berglund Julian mit 14,75 €. Bevor ich weiter tue, ich muss mich dann recht herzlich bedanken für den Sponsor-Pan Harry Geier, der uns für jeden, der was gepumpt oder nicht gepumpt hat, einen Gutschein gekriegt. Und der Routner hat auch gespendet. Na, mein Harry, herzlichen Dank. Ich hoffe, da werden noch Öl abwehrend weiterfischen getan und dann auch zu alt werden die Gutscheine. Danke, Harry. Danke, Herr, mein Freund. Das sagst du da oben, gell? Du bist da oben in der Oberauern. Danke. So, fangen wir an. Zweiter, für die Kinder, Selina Finta, 10,02. Gratuliere. Na, ruf dir was aus. Was ist denn, Winsner? Seinter, na, super. Ja, da kriegst du einen Gutschein. Ja, das ist 8,02. Ja, das ist 8,02. Ja, das ist 8,02. So, von den Großen, Simon, Sattler, 8,08. Bravo! Bravo! Herr Lehrer. Ja. Ist du da unten? Sein, gell? Ach so, du, du hast da unten. Machst du da? Los, guckst du. Super. Den vor, wir sind nicht, schenken wir, ihr lebt mal besser, gell? Weil das ist aber Winkler. So. Das ist Logenhaus. Dritter, für die Kleinen. Der Vergeiger Nino. Hallo. Hallo. Hallo, Geiger. Hallo, Geiger. Hallo, Geiger. Hallo, Geiger. Nino. Hallo, Geiger. Und da hat er, da hat er wieder geschummelt. Heifernweigen. Also hier. Was du willst, was du willst? Nein, was du willst? In der hat er wooden, Nino. Na, Nino will. Nein, nicht, nicht. Na, nicht. So Papa kriegst du einen Gutschein an dem her. Ja. So. Dann haben wir, für die Großen, der Lukas Hafner. Lukas. Okay, sind wir hier für ihr. Du musst ihn. Obst du deinen Hund auch mitmacht? Du musst den Ruhn auch nehmen, Lukas. Ja, Lukas. Lukas, ja. Lukas, ja. Der vierte Preis geht auf Grenzstoff. Samuel Fröch. 4,86. Ja. Ja. So können wir den Papa. Gut. Das ist besser. Ja. 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 Die Große. Tja. Freila Lukas. 132. Ich weiß, dass du ein richtiges Weibler hast. Der Pia hat gesagt, komm. Such dir raus, was du willst. Was? 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 Nimm deinen Pokal, der Opa zahlt nicht ruht. Der Opa hat schon zahlt. Wir suchen schon die Räte. Jetzt schon. So. Fünfter. Nach der Schweren kann. Der Erich Sager. Vier noch acht. Gratulierter. Super. Du musst ja schon einen eigenen Kosten haben für die Gutscheine, die du da gewinnt hast. So. Der Fünfter für den Großen. Der Simon. Super. Mit 0,86. 3,84. So. Jetzt gehen wir es an. Die Fröchte gab ich da irgendwas. Raphael Fröchte. 3,84. Aber ihr da. Super. So. Siebter. Philipp Neubauer. Zwei, drei, drei, drei. Sechzig. Ja. Das ist doch nicht so. Aber wir fahren. Siehst du. Aha. Die Milch. Wie willst du das? So hat der Opa noch nicht guta. Ja, nee. Wo, nein. Wo, nein. Achter, Julian, immer, immer, 1,79. So, Fröch stimmt nicht aus, 9. Tobias Fröch, 1,39. Was denn willst du nicht? Achter, aus Gold, aus Gold. Hast du Gold? Den hast du Gold? Nein, den gibt es nicht mehr. Den gibt es leider nicht mehr. Ja, den gibt es einen Gutschein. Hallo. Zehntag, Fröchsteller, 1,2. Achter, bravo. Louis Liebdrich, 0,89. Wo ist der Louis? Hallo, Steiner, okay? Der ist mein Nachbar. 0,89, der war es da. Was denn willst du noch? Pokal. Oder kannst du auch noch nehmen, wenn du willst, schon einen Pokal. Nein, Pokal ist schöner, gehörst. Dann schauen wir die Nachbar um, das ist mal. Das ist der, was bei 14 Uhr nicht mehr angeschafft ist. Ich schau mir sicher an, weil, mit dem anderen Technik ist ich eh nicht mehr mehr. So, 12. Vorsicht, Lukas, 067. Und dann haben wir noch einen, 12. Kliffnacht, Kilian, Meierhofer, 067. Ja, Kilian! Hallo! Na, bravo. Ja, Kilian. Und die Selina, Meierhofer, 066. Selina, magst du ein Pokal, oder macht sie 6 Uhr? Ich habe keine Frau. Ja, ich habe keine Frau. Ella Leon, 027, Klaus Weidner, 026, Hülster Klaus, 011, Klaus Weidner, 017, 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 Klaus Weidner, 0 Wart, 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 du kriegst von mir einen Sonderpreis, weil wir zwei haben sie angehängt. Wir haben einen großen Fisch, der hat über 10 Kilo gehabt, haben wir leider verloren. Als Sonderpreis, als eine kleine, weil es so traurig war, wir haben leider verloren. Wir haben 20 Minuten, in 20 Minuten haben wir geimpft, da sind wir leider angerissen. So, gehen wir weiter, Bosat Hanna. Wo ist die Frau Bosat? Bosat Hanna. Bosat Hanna. Auf der Aussage, du wirst es schon. Bleier Philipp. Brust! Und der eine muss der letzte Ausse, Mietche. Die hat die Kamera angeht. So, gekommen wir rund, grüßt noch was. So, hoch mal und. Got Hani noch was? Na geht's dir auch. Entschuldigung. Ein Pekall und die Rute, tja. Ist das so eine? So, danke! Ich sag einen herzlichen Dankeschön, ich hoffe nächstes Jahr sehen wir uns wieder, der Termin bleibt gleich, Samstag vor dem 15. August, und ich wünsche Ihnen noch eine gute Unterhaltung und eine gute Einfahrt, Dankeschön. Danke, bravo.